Ab jetzt werden nur noch Schmuddelfilme gedreht, meine Freunde. Spänze, die solltest du unbedingt mitnehmen, die sind echt wichtig. Bruder, brauchst du Hilfe? Sag Bescheid, ich bin da. Na ja, er sucht mal sein Handy, dann sucht er Nessie, dann die Pakete, dann seine Maus, dann ein USB-Kabel, dann die Waschmaschine, halt alles sucht er so. Alter, ach man, ehrlich, Nessie will den ganzen Tag immer irgendwas von mir. Nessie ist an allem schuld. Die Leute, die das... Hä, was ist denn los hier auf Twitch? Schatz, Nessie, wir brauchen so eine Glocke. Wir brauchen so eine Glocke. Ich sag euch, wie es ist, Leute, dass wir eine richtig übler Nummer werden. Ich sag euch, wie es ist, dass wir eine richtig übler Nummer werden. Also, ich muss einfach nur drehen, damit das Bier im Glas anfängt, sich zu drehen und dann ein Sog entsteht, right? Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist. Ich hab das in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Ich weiß, dass wir das Game so weit hatten, dass die Brücke repariert war. Ah, mieser Spoiler. Oh, warum machst du denn sowas, Rudi? Ey, warte mal, ich überlege gerade. Oder bin ich hammerdumm? Oh, nein. Oh, ich bin nur Rasen. Ich bin nur Rasen. Rinsen, Rinsen. Hey, Kevin. Ja? Ist der neue Minecraft-Launcher fertig? Äh, ja. Wir haben heute Freitag, ne? Du weißt, wir wollen heute Abend Pizza-Freitag machen. Ja, eigentlich müsste ich noch, ähm, äh, ja, okay, ja, nee, ist fertig. Bist du dir sicher? Ja, ja, und wenn, wenn irgendwas nicht passt, dann mach ich das nächste Woche. Heute ist der Pizza-Freitag. Super wichtig heute. Ja, alles klar, dann push einfach mal. Wir schalten dann schon mal vorsätzlich alle, äh, äh, Mojang-Accounts ab, damit die Leute sich Minecraft, äh, äh, Microsoft-Accounts machen müssen. Okay, Kevin? Ja, meinst, ist das wirklich eine gute Idee, weil die Leute, die umziehen, die können dann eventuell wackeln? Ne, ne, das passt schon. Heute ist Pizza-Freitag. Ja, alles klar. Blond, orange, originale Haarfarbe, originale Bart, kotze, grüne Augenbrauen. Was ist los? Spruz da. Ja, das muss noch ein bisschen zappeln. Ja, das muss irgendwann letzte Tage passiert sein. Oh, shit. Tage passiert sein. Oh, shit. Rätsel. Drei. Ich bin ready. Du auch? Zwo. Eins. Eins. Go. Der gute alte Stein. Ich wusste es. Ich habe ihn extra in Capstone geschrieben, weil er gewinnt eigentlich. Okay, nochmal. Okay. Drei. Drei. Zwo. Eins. Zwo. Eins. Ja, okay, du hast gewonnen. Also kommt keiner. Warum wollte ich eigentlich gewinnen? Ich wollte eigentlich eine zweite. Egal, wir machen keine zweite. Das ist doch scheißes Kitzchen. Ich habe es gar nicht gemacht. Du hast Käse. Ich komme nicht wieder weg. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Der war richtig krank, ne? Bei 5500 Zapps wechsle ich mein Bikini-Oberteil. Spexiboy. Ich gehe von oben nach unten. Also guck mal. Mach einfach. Der hat so sehr hart, der rote Nadel knies. Du. Deine Schnauze ist nicht gut geworden. Buh. Aaaaaah. Ich habe... Aaaaaah. Ich muss in die Anrichtung von der Waffe treten. Ah ja, mehr ab. Uuuuuh. Das muss los sein. Ja. Warte, warte, warte. Ich brauche einen Moment. Ich brauche einen Moment. Warte, warte, warte. 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 Mach. Mach doch. Ach. Aber wir hatten auch Zander. Also theoretisch war ich dann wahrscheinlich doch wieder wichtig. Zander ist ja auch ein sehr begnadeter Rainbow Six Spieler. Ist aber in der Season wo ich Diamond Thunder und Platin am Ende gewesen. Also da hat man dann schon den individuellen Unterschied noch gesehen. War also immer noch gut von mir. Digga, ich war einfach einmal nicht dabei, wo sie zwei Spiele gewonnen haben. Und deswegen war ich zwei Spiele im Rückstand. Ich war Platin 1 zwei Spiele vor Diamond. War also... Und er flext rum. Komm jetzt. Nee, Alter. Ich fahr ihn jetzt um. Pass mal auf. Digga, kommt er angefahren mit so einem Reifen, ey. Dämmnen denn das? Eiiiihihi. Hmmmm? Dämmnen 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 Vielen Dank.